Und wir gehen weiter zu unserem nächsten Impulsgeber. Und dieser Impulsgeber, der war auch schon viele, viele Male hier bei uns, er ist ein Trainer mit dem Herzen, mit dem Herzen und mit Verstand. Und so bezeichnet er sich selber, Trainer mit Herz und Verstand. Und wie kommt das zustande? Als diplomatierter, diplomierter Informatiker hat er sich auf den Weg gemacht, das Herz mit dazu zu nehmen. Und heute hilft er den Menschen, mehr Gelassenheit, Vertrauen und mehr Lebensqualität ins Leben zu bringen. Dein Thema heute, dein sicherer Wohlfühleffekt. Lieber Viktor, Viktor Zentner, auf die Bühne mit einem grandiosen Applaus. Schön, dass du da bist. Danke schön, liebe Martina und hallo zusammen. Ja, tatsächlich, ich diplomierte und diplomatierte Experte danke dir für die Diplomatie. Die ist tatsächlich eine Hürde und tatsächlich auch eine Art, mit sich selbst und mit den Menschen umzugehen. Das heißt, tatsächlich, wir haben ein Diplom, das wir uns zeigen können und tatsächlich möchten wir tatsächlich ein Diplom und dadurch hinaus die Art der Diplomatie anwenden. Weil ich finde, ich war davor, also vor einigen Jahren, bevor ich kein Diplom hatte, war ich sehr direkt. Ich bin immer noch sehr direkt und ich möchte also Problemlösung sehr gerade nicht. Mittlerweile verstehe ich, dass wir tatsächlich in unterschiedlichen Prozessen durchwandeln. Das heißt, damit wir uns sicher fühlen. Und so komme ich sehr langsam und diplomierterweise sehr diplomatisch an das Thema ran. Wie kommen wir tatsächlich in einem sicheren Raum, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns sicher fühlen und dass wir uns tatsächlich so einen Wohlfühleffekt erreichen können. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel. Und zwar, wenn du bestimmte Erdbeeren im Laufe des Frühlings oder Frühsommers oder Sommers oder Spätsommers probiert hast, dann irgendwann nach einigen Jahren schmeckst du heraus, wie ein gut gereifter Erdbeeren schmeckt. Und dann weißt du, okay, die ist noch frühreif, die ist reif, die ist sehr passend oder sie ist überreif. Und das ist für mich wirklich die Art und die Kunst, tatsächlich dieses Wohlfühleffekt für sich zu erreichen. Vor ziemlich genau 13 Jahren habe ich eine Kraniosakral-Ausbildung begonnen, von der Informatik heraus in die Körperarbeit, das heißt mit den Menschen mehr zu arbeiten, das heißt die Wahrnehmung und das Empfinden. Und an der Stelle habe ich bemerkt, ich war auf Zypern, ich war am Meer, ich habe diese, schöne Grüße nach Zypern, lieber Martina. Und ich habe diese Rhythmen und diese Wellen nochmal ganz in den Körper gespürt oder wahrgenommen, dass sie da sind. Und nicht, dass sie da sind, aber was machen die mit meinem Körpersystem? Was macht es mit mir aus? Und tatsächlich, es ist wirklich ein Prozess zu spüren von der Vorstellung, von der Projektion bis hin in die Wahrnehmung in den Körper, dass ich weiß, ich bin am Meer, ich spüre diese Wellen, ich spüre den Wind. Und ich rieche diese salzige Luft und wie geht es mir? Es geht mir gut, es geht mir weniger gut, es geht mir vielleicht mehr als gut. Ich bin dankbar und das braucht Zeit. Und das ist wirklich ein Prozess, den man niemanden wegnehmen kann, sondern man kann jemanden begleiten. Und als Coach, als Trainer, als Berater kann ich sagen, ich bin einen Weg gegangen, wo ich früher gesagt habe, ich nehme nicht die Gondeln, sondern ich gehe zu Fuß, Bergsteigen. Ich möchte nicht schnell ans Meer, sondern ich laufe barfuß die letzten Schritte ins Meer hinein, weil selber spüren, wie es dir dabei geht in der Situation, das ist wirklich sehr wichtig zu spüren. Bist du oben, bist du unten, bist du links, bist du rechts, bist du hinten, bist du vorne? Also eine Art Orientierung im Körper, bist du eigentlich bei dir, spürst du und wie stark spürst du dich? Und in dieser Situation, in diesem Moment, bemerkst du, was brauchst du? Und die Sicherheit, die unser Körpersystem braucht, ist nur, es geht mir gut, ich möchte mich mehr entfalten oder ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr, ich bin da und genau dieses, ich bekomme jetzt Gänsehaut, ein Gänsehautgefühl, wenn ich darüber spreche, weil es ist eine Erinnerung, die irgendwo geprägt ist und ist imprägniert, imprinted, weil dieses Wohlgefühl und diese Freude am Meer zu sein und das genießen zu können und zu dürfen, das hast du auch sehr tief. Und wenn du rauskommst aus alles, was uns sozial, familiär oder nochmal kulturell so bedingt und wenn es notwendig ist, dass wir rauskommen, das ist das Wichtigste in diesem Moment, wenn du sagst, jetzt möchte ich leben, ich möchte spüren und ich sehne mich nach einem Sicherheitsgefühl, einem Wohlgefühl, das ist dieses Wohlgefühleffekt, was es heißt, ich bin erstmal raus, es geht mir gut, ich genieße die Sonne und wo sind die Probleme überhaupt? Gibt es überhaupt Probleme? Es gibt nur, ich sag mal, Herausforderungen, Lösungen, weil alles, was erstmal da sind, als Probleme, die wir erstmal wahrnehmen, die können wir durch die einzelnen Bewegungen, die wir machen, die wir wahrnehmen, leicht, sag mal, beseitigen. So wie die Wolken am Himmel, dass wir bemerken, ist meine Aufmerksamkeit im Außen oder im Inneren? Ist der Hindernis drinnen oder draußen? Und in dem Moment, wenn wir bemerken, ja, trotz dieser globalen Situation, trotz dieser geopolitischen Schwierigkeiten, wo wir uns befinden, auch über die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre, es geht mir körperlich, seelisch, emotional, mental, es geht mir gut. Oder wo finde ich diesen Weg, diese Blase vielleicht oder diese Lücke, dieses Gefühl, dass ich sicher bin. Ich bin sicher mit mir, ich bin bei mir. Und das ist genau ein Momentum, der so wichtig ist im Leben, ich glaube von jedem Einzelnen, dass jeder bei sich kommt, dass du bei dich ankommst, dass du bemerkst, dass du aus diesem Zentrum, aus dieser Stille, aus diesem Raum sehr viel kreieren kannst, sehr viel schaffen kannst, weil da ist deine Kraft. Wenn du bei dir bist, in deiner Stille, mit dir verbunden, mit deinem Selbst. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Beitrag und liebe Martina, lieber Ovidio, liebe Jean-Marie, Dave, schön, diese Verbundenheit zu spüren und viele Grüße von dem virtuellen Meer mit dem sonnigen Sonne aus Rumänien zu diesem Sonnenwendtag. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.